Ich würde mal sagen, das ist ein Feind. Wehe, das sieht jetzt hier jemand. In deinem eigenen Interesse empfehle ich nicht, dass es jemand sieht. Warum geht er in diese Richtung? Ach verdammt, Mann, wieso könnt ihr nicht einfach mal pissen gehen? Verdammt, ich glaube, ich werde jetzt so gegen Ende ein bisschen nervös. An der Agentur vorbeikommen, ja. Das ist immer so schön leichter gesagt als getan. Ach verdammt, jetzt kommt der Typ von da drüben hierher. Äh, ja, ich wollte eigentlich die Leertaste hier drücken, um, so. Da komme ich also nicht runter. Okay, das wollte ich eigentlich nur ausprobieren, ob ich da runter kann. So, runter. An der Agentur vorbeikommen. Halt die Fresse! Halt! 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 Du bist dabei! Kannst du nicht einfach schneller bis ins K.O. gehen? Hey! Seid vorsichtig, Leute. Hier wurde jemand ermordet. Oh, der da hinten, den juckt es gar nicht. hast du die sonnenbrille auf ne ist ja blöd man bist du langweilig vielleicht hätte es auch einfach gereicht welche an den vorbeigeschlichen hätte von der akademie ja du erzähl mir nicht was ich machen darf und was nicht ich mache das noch mal ich will versuchen ob ich an den vorbeikommen ohne dass ich irgendwie gerade ohne dass ich mich verkleiden muss ich will das sind das ist jetzt mal so eine challenge die ich mir jetzt stelle ja wenn unser mister 47 mal ein bisschen kooperativer sich verhalten würde würde das ganze auch wesentlich einfacher von stadt ich glaube ich habe was gehört bleiben sie dran ja da wo bin ich alter bist du anhängig wie eine klette zentrale vergessen sie das die akustik hier drin hat mir einen streich gespielt die akustik hier drin ah hier könnte ich einen verstecken okay das ist schon mal gut das ist schon mal gut zu wissen gut also schon mal gut die ganzen grabsteine bieten einen optimalen schutz 1 ach da hinten steht noch einer mann okay das ist machbar auf jeden fall das mache ich jetzt auch die gestern nämlich mit so ich würde mal sagen das ist auf jeden fall machbar dass ich da mit suit only da durch gehe das ist auf jeden fall machbar ok warte ja mach das mal möglicher eindringling gott ihr typen seid so naiv so da steht jetzt einer wo ist der typ jetzt hin scheiß die wand an ach gott also ich hatte es fast geschafft warum warum bin ich so ungeduldig ach diese ungeduld die bringt mich doch ins grab das war übrigens ein ungewollter wortwitz komm 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 so so ziegelsteig was zum zentrale wir haben hier vielleicht ein problem ich sehe mich mal um over ja mach nur mach nur mach nur so hey zentrale wir auf irgendeinen spinner mit sachen rum wir regeln das over und und sie das wird sich kommen sie raus könnte es so ein bisschen schneller das schloss klacken dankeschön der aufsichtsrat vermutet bereits dass wir gegen hope gelogen haben wenn sie erfahren dass sie unsere ressourcen genutzt haben um einen friedhof zu finden werden sie fragen stellen warum wir wirklich übergelaufen ist über ihr kleines forschungsprojekt ja dann kommt alles ans licht aber ich werde nicht untergehen nur weil sie von einer toten besessen sind der auf okay jetzt bin ich mal gespannt was sonst diana ich habe mein versprechen gehalten victoria ist in sicherheit ihre zukunft gehört nun ihr nur eines bleibt noch zu tun travis er ist irgendwo da draußen und versteckt sich hinter seinen ICA truppen seine feigheit wird nur noch von seiner wachsenden paranoia übertroffen genau so soll es sein ich eine zielperson ein auftrag und ich weiß genau wie es enden wird jade nach außen hin beweist sie loyalität gegenüber travis aber das psychologische profil der ICA zeigt dass sie enorm ehrgeizig ist und immer strategisch denkt sie plant mit sicherheit travis posten als bereichsleiter zu übernehmen sie hätte eine nützliche verbündete sein können aber sie weiß zu viel ach super sie wollen in der oberliga mitspielen das ist ihre chance nutzen sie sie oder schreiben sie schon mal ihre grabrede oh der tunnel könnte relativ leicht einstürzen ich dachte ich hätte schlitte gehört jade gefunden und was jetzt halten sie mich auf dem laufen ach man warum ja diana ich habe mein versprechen gehalten victoria ist in sicherheit ihre zukunft gehört nun ihr nur eines bleibt noch zu tun travis er ist irgendwo da draußen und versteckt sich bei sich kontakt eliminieren so wo willst du hin und ja die und die da